Moin Moin und Willkommen zu einem weiteren Video zu Planet Chaos Star 2 meine Lieben es geht gleich in das nächste Kapitel unseres Prologs rein nämlich ja hier in der Karriere da haben wir im letzten Video hier die ja das erste Kapitel den ersten Park die Schlüssel der Achterbahn haben wir gemacht ist natürlich jetzt ja ich sag mal so eine Art Tutorial dass man da einfach mal gezeigt bekommt was man wie in dem Spiel zu machen hat was natürlich ja vielen vielleicht von uns schon klar war mir auf jeden Fall weil sich viele Sachen einfach ähneln wie eben aus dem ersten Teil ja wir machen aber jetzt hier mit dem zweiten Prolog weiter nämlich im Strom der Ereignisse und ja schauen wir mal eben ganz kurz hier die Beschreibung die Welt der Freizeitparks hat sich in den letzten Jahren etwas verändert mit einem Wort sie ist viel nasser geworden aber du wirst nicht ohne Schwimmweste ins kalte Wasser geworfen Coaster Coast hat einen Experten für Wasserparks der dir dabei helfen wird den Sprung ins kühle Nass zu wagen okay das haben wir also dann jetzt eben für dieses ja Kapitel für dieses Level für diesen Park nennt es wie es wollt ja wir bekommen natürlich jetzt erstmal etwas ah schön dich wieder zu sehen folge mir du kommst mir gerufen also dieser Park wird etwas anders sein als der vorherige Park wie höre ich dich schon voller Vorfreude schreien nun mein eifriger Biber wir werden den Park erweitern zu Trommelwirbel bitte einem Wasserpark natürlich erwarten wir nicht dass du ganz alleine anfängst Pools und Rutschen zu bauen deshalb übergebe ich dich jetzt an Brad Newton unseren Techniker für Wasserfahrgeschäfte hey Kumpel wie geht's ich bin Brad und bei Wasserfahrgeschäften bin ich dein Mann ich dachte immer dass alle meinen Körper bewundern sie riefen was für ein Mann aber es stellte sich heraus dass sie mich nur Wassermann nannten auch ein nettes Kompliment Musik Leute hat so ein bisschen was von Beach Boys gerade ne ja so auch hier haben wir das gleiche was wir eben schon mal vorgelesen haben können wir also überspringen ich habe ein Gebiet für dich vorbereitet man kann einen Pool nicht einfach irgendwo hinpflanzen diese Lektion habe ich an Eugenes 8. Geburtstag gelernt er hat seinen ersten Laptop echt geliebt aber am Ende hat er dem Begriff Surfen im Internet eine neue Bedeutung gegeben ein 50 Megahertz Prozessor 4 Megabyte RAM und ein Diskettenlaufwerk natürlich verwechselt mein Bruder ein Motherboard mit einem Surfboard wie auch immer konzentrieren wir uns auf unser neues Gebiet ein Wasserpark braucht zunächst nun ja Wasser ich habe für dich einen Bauplan vorbereitet damit du loslegen kannst natürlich musst du den nicht benutzen ich habe nur die ganze Nacht daran gearbeitet also kein Ding wähle einfach den aus den du möchtest und platziere ihn wo immer du willst solange die Gäste ihn erreichen können versteht sich ja gut dann nehmen wir mal das Ding ja man sieht auch schon ne hier der Boden der ist auch schon so vorgegeben dass wir das da natürlich genau auch reinsetzen ja okay dann einmal die Umkleide aber ich muss gerade überlegen dass was ist denn jetzt hier offiziell Weg das Lila ne diese Holzbalken oder das hier also muss ich das hier außen hinsetzen ja auf jeden Fall gerade da da legt er es an auf jeden Fall ne aber ich frage mich halt darf ich das auch da machen jetzt ist das ist das gewollt ist das nicht gewollt naja gut so achso wir müssen noch einmal den Trockner ne so das ist hier die Umkleide das ist der Trockner okay so den hauen wir einfach mal daneben schlägst du dich echt gut Brad scheint sich auf die Suche nach seiner Badehose begeben zu haben also führe ich dich durch die letzten Schritte jetzt wo der Pool fertig ist wollen die Gäste schnell ihre Poolpässe kaufen im Moment sind sie nur am Eingang erhältlich also sollten wir ein Gebäude für Gästedienstleistungen in der Nähe errichten ja Gästedienstleistungen da haben wir es das habe ich natürlich jetzt ja das habe ich jetzt schon ein bisschen ja blöd zugebaut würde ich mal sagen es ist halt die Frage ob es einfach noch hier daneben setzen können ich denke es sollte auch klappen oder achso wir müssen noch aufmachen aber sonst passiert nichts mit diesen Gästedienstleistungen können die Gäste an noch mehr Stellen Pässe kaufen mit denen sie Zugang zu den Wasserattraktionen im Park haben kein Pass kein Pool okay ich kann es kaum erwarten ins Wasser zu springen das sieht toll aus ich verstehe so langsam was Oswald in dir sieht du hast großes Potenzial trotzdem gibt es noch vieles für uns zu tun jo da haben wir schon wieder unser Bronzeabzeichen dem kann ich nur zustimmen da der Pool jetzt in Betrieb ist müssen wir ihn sauber halten schließlich will niemand in schmutziges Wasser springen mhm dazu musst du einfach nur einen unserer schicken Wasserfilter in den Pool einbauen falls die Pumpe nicht funktioniert überprüfe ob sie mit Strom versorgt wird die meisten technischen Probleme lassen sich lösen indem man den Stecker einsteckt sie muss natürlich das Wasser des Pools erreichen können um zu funktionieren aber es ist nicht nötig dass sie das ganze Becken abdeckt ein Teil reicht mhm gut alles klar dann bauen wir einmal jetzt war ich hier falsch einmal die die Wasserpumpe da haben wir es auch Wasserpumpe weiß ich ist irgendwie das Ding hier irgendwie vorgesehen dass ich das da rein bauen soll oder was irgendwie schon oder ich kann es nicht zu 100% sagen wir hauen es einfach mal da rein ach so ich habe es dem Gebäude zugefügt ne so jetzt nochmal alles klar so einmal ein Wasserfilter in Poolnähe dann Wasserfilter kann ich ihn einfach dahinter irgendwo setzen verbinde Wasserfilter mit Wasserpumpe Wasserrohr abreißen Wasserrohr verbinden einmal da mit da ja tolle Arbeit tolle Arbeit aber wir sind noch nicht fertig damit manchmal werden Gäste im Wasser müde und brauchen einen Ort um sich zu entspannen wir sollten ein paar Liegestühle aufstellen damit sich die Gäste irgendwo ausruhen können oh und ein paar Leitern und ein Sprungbrett solche kleinen Extras steigern auch das Prestige des Pools und je mehr Prestige desto mehr Gäste kommen das ist ein echter Gewinn gut also dann erstmal die Sonnenliegen gut jetzt zeige ich uns eh schon das ganze an ne aber da müssen wir uns auch nochmal verdeutlichen wo wir genau auf welchen Filter wir klicken müssten damit wir da auch entsprechend hinkommen ne so ich würde sagen wir setzen mal die drei Stück hier eben an den Pool sehen die auch mal so ein bisschen so jetzt müssen wir noch zwei Leitern installieren ich frage mich gerade was der Unterschied zwischen denen dreien ist es ist einfach nur die Farbe oder was das ist jetzt halt so Silber Chrom ne warte mal hä was ist denn da der Unterschied ach so die Größe sich gerade ja komm dann machen wir die mal dahin also machen wir einmal hier eine auf der anderen Seite die springe einfach schon da rein ach so und der Pool ist doch gar nicht fertig ach so dass der Pool tief genug ist bevor du ein Sprungbrett anbringst das habe ich nämlich auf die harte Tour rausfinden müssen deswegen die große Beule am Kopf ach interessant okay komm ich würde sagen wir machen die mal hier in diese in diese Wölbung da also zu garantieren dass die Gäste ihn gerne nutzen und sich sicher fühlen wähle den Pool aus und sieh dir den Reiter Pool Sicherheit an also einmal auswählen da oben haben wir Sicherheit oh mein Gott Brad Brad ein Gast ist in Panik was sollen wir tun puch das ist aber wild hey du da hast du es mal mit schwimmen versucht ok daran liegt es wohl nicht ja die Person braucht Hilfe denkt an die Papierkram ok bleibt alle ruhig keine Panik durchatmen wir haben alles im Griff alles unter Kontrolle platziere einen Rettungsschwimmerpunkt an der Seite des Pools ohne ihn können die Rettungsschwimmer in Not geratene Gäste nicht retten mhm klar so Rettungsschwimmerposten Stuhl aber ich soll ja die Stuhl machen hier bauen oder nicht oder? ah ok dann hat der hier quasi den Blick ach interessant ok das heißt aber kriege ich den ganzen Pool abgedeckt mit dem ja dann muss ich die vielleicht so sitzen aber dann fehlt hinten noch so ein kleines Stück naja gut wer da untergehen sollte der hat einfach Pech gehabt so jetzt müssen wir nur noch warten dass der Rettungsschwimmer seinen Job macht zack einmal schwimmen Köpereiner sehr gut so na also siehst du Eugene dem Gast geht es gut äh aber äh ist bei dir auch alles in Ordnung? ja natürlich mir geht es total gut du bist an deinem Lieblingsort Zelle A1 Zelle A2 Zelle A3 Datenvalidierung und während sich Eugene wieder beruhigt wollte ich dir nur sagen dass du dich fantastisch unter Druck geschlagen hast solange er im Dienst ist rettet ein Rettungsschwimmer alles und jeden das gehört alles zu unserer Poolsicherheit das gehört alles zu unserer Poolsicherheit denk aber daran dass sie nur Planconianer sind und nur eine begrenzte Fläche auf einmal abdecken können größere Pools brauchen mehr Rettungsschwimmer und Posten um alle zu schützen ja na dein erster Pool ist ja echt umwerfend geworden also nicht dass er die Leute umwerfen wird da würde die Presse über uns herfallen wie ein rudelgefräßiger Kugelfische aber ein einziger Pool macht noch keinen Wasserpark gut dann machen wir den nächsten Pool so selbst herstellen erstellen vielmehr so was haben wir denn jetzt hier wir haben ja auch schon im Sandbox Modus haben wir das ganze ja mal ein bisschen ausgetestet eigentlich würde ich ja schon gerne so wie das wie das Ding jetzt hier sich da Luftfahrzeug ja warte mal so ne darf jetzt nicht alles davon irgendwie ja es geht ja schon wieder da ich hätte ja gerne dass dieses lilafarbene nicht zum Pool wird Hä? ich bin verwirrt Probe gerade tiefe Schwimmen absinken flaches Wasser ok ja das ist ja auch quatsch hier ich würde sagen wir arbeiten sonst erstmal uns hier mit dem Stempel irgendwie durch wir haben ja auch verschiedene Größen die wir auswählen können gut gemacht achte nur darauf dass du zusätzliche Rettungsschwimmer einstellst um die Sicherheit im Pool zu garantieren ich glaube ich verkrafte heute nicht noch einen Nervenzusammenbruch von Eugene ich habe keine Ahnung wovon du redest ein echter Wasserpark braucht Dinge wie Wellenbecken Rutschen und Strömungskanäle fangen wir also damit an eine Rutsche zu bauen deshalb wird es Zeit dass du lernst eine Rutschbahn zu bauen also bekommst du einen Crashkurs wähle zunächst eine gewünschte Rutschbahn aus den vielen erdbeerschönen Optionen die wir hier haben erdbeerschönen ok so was nehmen wir denn wir nehmen mal den Body Flume so beginnen wir mit der Plattform platziere sie einfach dort wo du es für richtig hältst wenn du abenteuer lustig bist kannst du auch mehrere Rutschbahnen an einer Plattform befestigen mhm soll ich sagen dann machen wir hier mal eine hin oder der nächste Schritt ist der Bau der Rutsche selbst beginne damit den Rutschbahnen Eingang zu platzieren hier wird die Rutsche beginnen falls das nicht klar war ah ich war mir jetzt nicht ganz sicher aber es ist gut dass du das nochmal gesagt hast ok jetzt wird es lustig wir haben die Plattform wir haben den Eingang jetzt brauchen wir die Rutsche platziere sie wie du willst aber achte auf den Winkel der Rutsche Gäste müssen genug Geschwindigkeit haben um weiter zu rutschen apropos willst du einen echt coolen Trick sehen? Eugene braucht sich nur etwas anzusehen und kann dann sofort den Winkel bestimmen oh Brad ich glaube wirklich nicht dass ach quatsch das ist dein Party Trick zumindest wäre er das wenn du mal zu einer Party mitkommen würdest mein Lieber komm schon welcher Winkel ist das? 35,7 Grad bingo ist das nicht cool? das haut mich jedes Mal um wo war ich? beim Bau der Rutsche neben dem Winkel solltest du auch die Kurven im Auge behalten in der Tat wenn die laterale G-Kraft zu hoch ist erschreckt das die Gäste es erhöht Nervenkitzel und Übelkeit bei der Rutsche das sieht toll aus du musst jetzt nur noch einen Ausgang ans Ende der Rutschbahn setzen ja ja warte mal ich bin ja gar nicht fertig achte auf dass er nah am Wasser ist Gäste brauchen das Wasser für eine weiche Landung das klingt vielleicht logisch aber Brad hat eine Narbe die das Gegenteil besagt man nicht so laut ich hab allen erzählt dass ich mal versucht habe auf nassem Zement zu surfen und es fast geschafft hätte so würde ich sagen ich mag das ja nicht wenn man da so tief also jetzt so mittig reingeht ne in so ein Pool ich würde sagen wir belassen es einfach dabei machen das Ding jetzt auf vielleicht vielleicht lassen wir es noch mal eben zu dann machen wir es hier auch und dann können sie von mir aus da ins Wasser jumpen und das so lassen ja ne ja gut äh was haben wir jetzt wo stehe ich ähm platziere das Rutschbahn Ende ja so ist das jetzt nicht offiziell das Ende ach da ah ok so da nochmal also was haben wir denn hier Rutschbahn Ende ne ne das war schon war schon gut also jetzt ist es an der Zeit dieses Baby zu testen wir können das Fahrgeschäft nur öffnen wenn der Testdummy das Ende sicher erreicht keine Sorge wenn es beim ersten Versuch nicht klappt Eugene hat ein Schnäppchen gemacht also haben wir genug davon habe ich beruhigt der Gutscheincodes kennt sich mit der Kunst der Gutscheincodes bestens aus aber ja wenn die Testfahrt fehlschlägt kannst du einfach die Heatmap öffnen um zu sehen wo du Anpassungen vornehmen kannst sie hebt jede zu scharfe Kurve oder zu steile Rutsche hervor mhm gut dann testen wir das ganze mal es ist natürlich das Ding ja klar die Rutsche ist komplett geschlossen wir können jetzt erstmal gar nichts sehen außer dass der Dummy jetzt gleich hoffentlich irgendwann da kommt der auch schon raus geschossen äh so dieses Fahrgeschäft ist nicht zugänglich das ist jetzt das Ding ne ach so warte mal schießt einen Rutschbahntest mit mindestens 3,0 Spaß so das sehe ich wenn eine schicke Rutschbahn fertig ist vergiss nicht eine Rutschentreppe zu platzieren und sie mit dem Weg zu verbinden ja so da ist unsere Treppe gehen wir auf die Rückseite davon oder ja komm wir gehen mal hier so seitlich der große Moment ist endlich da es ist an der Zeit deine allererste Rutschbahn zu eröffnen ich werde ganz emotional frag mich mal ich erinnere mich an deine erste Fahrgeschäftseröffnung die war zwar etwas kleiner bestand aus Pappbechern und endete in der Soßen Schüssel auf dem Esstisch aber eine schöne Erinnerung ist es trotzdem so aber ich muss doch jetzt erstmal hier also der sagt jetzt ich soll die öffnen aber ich hab ja noch genau wir müssen ja noch den Eingang verbinden so was machen wir jetzt einmal hier ich hab keine Ahnung das hat er eben schon mal gemacht wieso will er da so hoch gehen das verstehe ich nicht ganz was ist denn sein Problem frage ich mich so und dann verbinden wir das einmal damit na und jetzt kann man das Ganze noch öffnen sehr schön hallo Jungs ich wollte mal nachsehen wie das Einarbeiten mit unserem neuen Freund hier läuft aber wie ich sehe gab es keinen Grund zur Sorge der Park sieht toll aus ich wusste dass du genau richtig für den Job bist dir scheint aber der Platz auszugehen das geht einfach nicht ich werde dir etwas Geld überweisen damit du das neue Gebiet kaufen kannst danke dir das ist jetzt schon so nötig haben das Geld da annehmen zu müssen so und dann kommt das Ganze für 30.000 und damit ist deine Einführung abgeschlossen es ist an der Zeit dass du das was du hier gelernt hast in neuen Parks anwendest wenn du aber noch ein bisschen länger hier bleiben willst hat Eugene eine Liste mit Zielen für dich vorbereitet die du abarbeiten kannst ja da gucken wir doch mal keine Sorge wenn du etwas hier Gesagtes vergessen hast kannst du jederzeit im Hilfe Menü nachsehen du hast dir wirklich gute Arbeit geleistet sei stolz auf dich ich freue mich darauf in zukünftigen Parks mit dir auf dieser Erfolgswelle zu reiten stimmt ein spektakulärer Anfang du hast das Gütesiegel der Newton Brüder bekommen das ist wirklich eine tolle Leistung ich lasse dich jetzt in Ruhe ich muss die Vorbereitungen für unser nächstes Unterfangen treffen ich muss die Vorbereitungen für unser nächstes Unterfangen treffen gut damit haben wir jetzt unsere Gold oder unser Gold Abzeichen aber wir haben ja immer jetzt noch eins noch offen so zwei neue Ebene Fahrgeschäfte ja komm das das ziehen wir jetzt noch durch ne das Thema ziehen wir jetzt noch durch ich will jetzt mal eben gucken äh was haben wir denn eigentlich hier so ist das eigentlich jetzt hier der das ist der Weg ne das ist der Weg hm ich weiß nicht wie ich finde das immer noch gerade noch so ein bisschen friemelig bin ich ja ehrlich ne eigentlich haben wir ja jetzt so viele Möglichkeiten jetzt hier mit den mit den Wegen dass wir zum Beispiel auch mit den mit den ja Stempeln mit den Stamps arbeiten können ja was das ganze ja wirklich nochmal aufs nächste nächste Level bringt wenn man so möchte aber da muss man sich tatsächlich irgendwie erstmal so ein bisschen dran gewöhnen habe ich das Gefühl gerade wenn ihr jetzt hier zum Beispiel mit diesem Minion Hersteller äh Hersteller 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 arbeitest da muss man sich tatsächlich dran gewöhnen aber ne Leute das werden wir noch alles das werden noch alles hinbekommen naja gut am Anfang mal so ein bisschen austesten ein bisschen rumspielen gucken was hier geht oder was auch nicht so jetzt müssen wir auf jeden Fall zwei Ebenen Fahrgeschäfte bauen und das würde ich sagen machen wir jetzt einfach mal sollen wir schon ein vorgefertigtes mal einfach nehmen um zu schauen was es hier cooles gibt das ist in dem Mythologie Thema jetzt haben wir hier die Teacups in diesem Unterwasser Bild Thema ich wäre dafür dass wir mal hier mal eine Schiffschaukel bauen oder? so Eingang platzieren das machen wir natürlich erstmal achso warte mal war ja schon wir müssen einfach noch den Ausgang beziehungsweise den Eingang verbinden so einmal das und dann müssen wir gleich mal gucken Strom fehlt auf jeden Fall noch ich möchte aber eigentlich gerne noch erstmal den Ausgang hier verbinden ok so wie gesagt eigentlich müssen wir das Ganze jetzt öffnen aber es fehlt natürlich Strom so das heißt wir holen jetzt hier den Stromgenerator Stromverteiler den Generator holen wir jetzt erstmal den setzen wir mal erstmal da hin und dann würde ich es nochmal probieren wenn ich das jetzt hier mit dem da verbinde so dann hat der Strom hm oder hätte ich jetzt hier den ne warte mal hm wo ist der jetzt noch ein Service Weg hin machen damit die Techniker dahin können ja ne so ich mach mal hier breite stellen wir mal klein so jetzt hätte man da zumindest erstmal den Zugang jetzt hätte ich aber gerne nochmal gewusst ah kein Strom hä sowieso hm muss ich in Reichweite einer Stromquelle befinden ach ich muss den Verteiler den hätte ich da hin machen sollen ne seh checke ich gerade ah ok jetzt aber ah gut alles klar dann können wir das ganz noch öffnen brauchen die jetzt hier auch nochmal ein Mitarbeiter Personalweg nö ich könnte mich jetzt einfach mal da hinsetzen sieht auch total schäbig aus aber ja gut gut dann machen wir direkt mal mit dem nächsten weiter so dann holen wir uns jetzt noch was holen wir uns sonst noch Teacups Wikinger ja gut wir haben ja hier schon so ein bisschen dieses Unterwasser Thema eigentlich ne aber gut jetzt sind wir sind wir zweimal auf Wikinger Thematisierung übergegangen das sollte das sollte denke ich mal auch erst ja erstmal kein Problem darstellen oder da hm eigentlich hätte ich es gerne nur dass er einmal zurückspringt ne mein Quatsch da naja verstehe ich nicht warum warum macht er das da nicht dass ich einfach mit rechts rechter Maustaste einfach das ganze lösche was ich was ich gerade gemacht habe naja gut so damit haben wir das und ich will mal hoffen dass wir jetzt ja hier auch noch die Stromversorgung haben die ausreicht das sieht aber ganz gut aus so bau eine neue Achterbahn Länge von mindestens 300 Meter und aufgeöffnet sitzen ja würde ich sagen dann machen wir das direkt mal ne wir haben jetzt noch 41.000 das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen weil mein Kopf davor ist aber das wie gesagt sollte doch sicherlich klappen also 300 Meter steht da ne also so lang muss muss die Achterbahn dann nicht sein so was haben wir denn hier Hölzer ja komm ey da können wir eigentlich so eine richtig geile wilde Maus machen oder die Hölzer eine wilde Maus so stellen wir auch erstmal hier hin weil wie gesagt hier haben wir jetzt einmal die Stromversorgung so 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 dann haben wir den Lift hier dran ich bin immer schon ein bisschen zu steil oder so so und ganz klassisch wie eine wilde Maus ist was haben wir denn hier Raster Schiene Standard Schiene ja 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 wie gesagt klassisch ne wie so eine wilde Maus ist würde ich jetzt einfach gleich mal hier hin zimmern mal dieses typische dass man da oben erstmal so hin und her ne so im zick zack fährt so dann da nochmal das Stück jetzt müssen wir halt gucken ne weil wir haben jetzt hier vier Meter der Bahnhof der ist noch einen Meter höher ne ich will nochmal hoffen dass das ganze ausreicht dann können wir hier auch mal die Bremse setzen ich hätte auch vielleicht da oben mal ne hätte ich mal Blockbremsen hinsetzen sollen so dann setzen wir da nochmal Reibräder hin jetzt ist das Ding auf einmal sechs Meter hoch oder was naja gut so können wir das ganze jetzt hier irgendwie mal damit verbinden müssen wir mal gucken ob wir vielleicht hier nochmal Reibräder machen ja keine Ahnung wir testen es mal eben so weil 300 Meter die müssen wir doch eigentlich die müssen wir doch voll bekommen hiermit oder hoffe ich doch mal so machen das ganze noch ein bisschen schneller was man auf jeden Fall noch machen kann weil ich arbeite jetzt gerade immer mit diesen ja festgelegten Neigungen ne das ist glaube ich immer in dem 22,5 Grad dass ich damit immer arbeite wenn man natürlich jetzt richtig Tempo aufhört ne der Kollege ja das das ne das ist das ist zu heftig das ist eindeutig zu heftig da müssen wir eigentlich müssen wir gucken dass wir hier nochmal ein bisschen bisschen was abbremsen weil das ist nicht gut da da knallt es ein schon förmlich aus dem Wagen eigentlich so dann soll es mir jetzt egal sein so wir platzieren den Eingang den habe ich dummerweise auf der anderen Seite Ausgang noch einmal dahin so Checkliste ist noch unvollständig achso weil ich natürlich jetzt noch einen Eingang bauen muss ist ja klar sowas haben wir nicht hier ist nämlich genau diese Winkel Winkelausrichtung ne das ist das was ich eben meinte wenn wir die Achterbahn bauen dass wir das noch äh ja immer drin haben ne weil eigentlich hätten wir ja ja so krass Spielraum dass wir die richtig smooth äh ja die 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 Teile ja verbauen können so sieht das immer so ein bisschen ja ja fast schon so ein bisschen eckig teilweise aus ne wenn wir mal guckt hier das hier aber das geht eigentlich sogar naja gut was nützt ist wir machen gerade hier noch weiter mit dem Ausgang äh ja hier sind wir hoffentlich richtig da ist der Ausgang machen wir mal die Breite runter so und dann ja 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 da bauen schon wieder Treppen das möchte ich eigentlich immer möglichst vermeiden Treppen zu bauen so wir setzen jetzt erstmal da hin so dann haben wir das ganze können jetzt auf öffnen so bauen wir einen Pool mit einem Pool Prestige von mindestens 600 so das heißt wir gehen jetzt nochmal zurück weil ich gehe mal davon aus dass der Pool den wir hier gebaut haben der müsste ja sicherlich ausreichen oder wo habe ich das denn hier wo habe ich das denn hier prestig achso äh aber der sagt hier zwei von eins habe ich noch irgendwo einen anderen Pool der jetzt diese Prestige schon hat achso warte mal hier ist ja das höchste ne ja ah ok das sind nämlich diese 4 84 ok alles klar das heißt wenn wir jetzt noch hingehen und sagen äh Pool Extras mach ich jetzt erstmal noch so ein paar Leitern nochmal hier hin weil so wie ich das verstanden habe müsste das ja auch entsprechend die Prestige von dem Pool ja erhöhen oder so hier nochmal ein paar liegen schön dahin gezimmert so was haben wir hier eigentlich ich mach da jedes Mal die Markierung dran ne ach ok Strömungskanal Düse ja interessant wenn wir eigentlich noch so ein Sprungbett nochmal hier hin klatschen Wasser sollte ja tief genug sein dafür oder dass da keiner auf dem Boden aufschlägt so haben wir denn jetzt dadurch die Prestige verbessert ach guck mal wir sind bei 524 ja jetzt können wir natürlich mal gucken ob wir jetzt noch einen Pool dahin bauen ach einen Pool sage ich eine Rutsche vielleicht auch irgendwas na komm wir machen gerade auch mal selber eine oder so wo machen wir denn hier den Eingang davon aber wir machen den mal hier hin so dann können wir hier die Wasserrutsche beginnen ja jetzt wird dann natürlich da schon wieder die Säule da mitten in die na sag mal schnell in die Thematisierung rein ne na na also kann ich da eigentlich nicht bauen oder was na ok das heißt dann müssen wir hier schon mal anfangen wieder rüber zu gehen na eigentlich kannst du hier auch ausstellen ne mit den Schienenstützen erstmal da schon durch den Baum jawoll na also nun müssen wir den Baum nochmal ein bisschen umstellen na eigentlich mal hier für dieses Stück hier mal so transparente äh Teile nehmen oder da dass man sieht wie man schön an diesem U-Boot vorbeijagt so dann können wir das ganze wieder dicht machen so hier gehen wir nochmal ein Stück hoch bevor wir dann jetzt hier da nochmal jetzt schnurstracks Richtung Pool uns bewegen können wir eigentlich hier auch schon das Ende machen ja ne so so ok Eingang müssen wir platzieren ja jetzt habe ich eigentlich gehofft dass wir da irgendwie ja komm wir machen es mal dahin dann schieben wir mal einfach mal die die Szenerie schieben wir mal ein bisschen auf Seite oder ok dann lassen wir das mal so und dann müssen wir natürlich hier nochmal ein bisschen am Terrain auch was machen da kann ich gar nicht ist hier gesperrt gut auch schön ok ok aber jetzt das scheint irgendwie auch überhaupt gar nichts zu interessieren dass da dieses äh dieses Gefälle da irgendwie keinen stört den Baum nehmen wir mal weg kann ich auch nicht weg machen, sehr gut dann würde ich zumindest mal den das Stück hier von dem Weg nochmal nochmal abändern so dass wir vielleicht irgendwie da so runter kommen oder? ok gut jetzt müsste ich das Ding nochmal öffnen achso erstmal muss natürlich getestet werden wir können das direkt mal reinsetzen oder auch nicht warum macht er das nicht? jo ne jetzt ist mir ernsthaft warum warum kann ich das nicht testen? beziehungsweise warum kann ich das jetzt nicht hier fahren? ach jetzt ok so ja das Ding ist ja wartet wahrscheinlich jetzt erstmal noch ne wir machen nochmal testen und sagen jetzt nochmal mitfahren hier jetzt erstmal hier schön steil da runter jawoll ach guck mal da gibt's noch der Baum durch jetzt gleich das Stück wo wir da das U-Boot da haben ja sehr nice und dann ab ins Wasser erst mal die Kollegen da schön vorm Schädel jawoll so damit haben wir jetzt hier unsere Prestige auch ja ist jetzt wohl erledigt das Thema ne? dann haben wir das und machen jetzt noch die zweite Rutsche die wir bauen müssen eigentlich einfach mal ich will mal hier so ein so ein Ding mal hier hinzimmern ist eigentlich auch ziemlich cool jetzt hängt das Ding ja noch mehr in der Luft ne? achso das soll ja natürlich auch ich wollte gerade sagen hier wäre ja unten schon so ein Ende wo man gar nicht wo man gar nicht ähm ausfallen kann aber das ist natürlich Quatsch damit muss ich ja zurück ins Wasser weil sonst landen die auf der Wiese und das tut dann weh so du kannst nochmal ran und probieren wenn wir das jetzt mal hier drehen so müssen wir es eigentlich machen so wenn wir es jetzt auch richtig machen würde ich vielleicht mal sagen gehen wir hin und bauen hier den den Pool nochmal ein bisschen aus also zumindest sicherstellen dass da nicht mehr diese diese scharfen Kanten da sind ne? wir hatten das ja auch schon im im Sandbox Modus wo ich ja schon gesagt habe ne? also wenn der TÜV das sieht ne? dann kriegen wir auf jeden Fall ein Problem ich weiß gar nicht ich kann der TÜV eigentlich auch solche äh waschbecken solche Poolbecken äh testen müssten wir das auch machen ich hab keine Ahnung aber das soll auch egal sein so damit verbinden wir einmal hier den Wartebereich noch damit jetzt frage ich mich, muss ich jetzt für alles für jede Bahn einzeln dann ne? muss ich testen so dann kriege ich die Freigabe wow du hast es geschafft gratuliere Kumpel du hast es echt gerockt und alles super zusammengebracht dem kann ich nur zustimmen du wirst hier gut reinpassen das kann ich dir sagen ich freue mich schon auf unsere nächsten Projekte tja meine Lieben da haben wir unser Platinabzeichen ja gut damit ist das Thema dann auch erledigt ja und das sind jetzt auch die zwei Prolog ja Kapitel Tutorials hier zu dem neuen Spiel die sind jetzt erstmal erledigt und mit den nächsten Kapitel glaube ich werden wir jetzt sag ich mal ja nicht mehr so krass an die Hand genommen ja wir müssen natürlich wie das normalerweise ja so ist auch gewisse Aufgaben erfüllen ja aber wir bekommen das jetzt nicht mehr alles so gezeigt in dem Umfang wie das jetzt gerade eben in den ja letzten beiden Videos der Fall war ja gut damit wie gesagt ist das Thema jetzt auch durch wir machen natürlich jetzt hier auch erstmal ein Cut ja und im nächsten Video geht es dann auch mit dem ja nächsten Kapitel weiter wir können natürlich mal gerade eben muss ich das vielleicht noch speichern ich habe es vorhin auch nicht gemacht insofern kann es euch glaube ich egal sein wir haben ja unsere Art Zeichen und können vielleicht nochmal bevor wir das Ganze beenden einen kleinen Blick zumindest schon mal in das nächste Kapitel werfen mittendrin statt du nur dabei das ist der Name für das Kapitel und dann haben wir noch einige Schritte gemacht aber jetzt beginnt die eigentliche Arbeit wir wurden kontaktiert um bei einigen zukünftigen Projekten der Stiftung mitzuhelfen und aha gerade rechtzeitig ich möchte dir jemanden vorstellen Hallo ich bin Adriana Weger ich bin die gewählte Vertreterin der Stiftung meine Aufgabe hier ist die Beaufsichtigung der Arbeiten und glaub mir Adriana wir werden unser Bestes tun um unser kulturelles Erbe zu würdigen und dafür zu sorgen dass künftige Generationen es genießen und daraus lernen können wie ich sehe hat jemand das Motto der Stiftung auswendig gelernt wir treffen uns an den jeweiligen Standorten wenn ihr für die Praxis bereit seid ja das war jetzt das Kapitel Intro und können wir zumindest mal einen Blick rein werfen was wir denn im nächsten Video machen ist nämlich hier Parks und Restaurierung die Stiftung hat vier antike Achterbahnen in den Überresten eines verfallenen Monuments entdeckt und braucht deine Hilfe um sie zu restaurieren indem du Gäste unlockst und die Achterbahnen fertig stellst erschließt du das Potenzial des Parks und beschert den Planconianern eine epochale Reise zurück in die Zeit ihrer Vorfahren so das ist schon mal der kleine Teaser für das nächste Video und dann würde ich sagen belassen wir es jetzt erstmal hierbei wenn es euch in irgendeiner Form unterhalten haben sollte wisst ihr ja was ihr zu tun habt natürlich erstmal ein Like da lassen und wenn ihr noch nichts verpassen wollt und mitbekommen wollt was in den nächsten Tagen hier so passiert rund um Planet Coaster 2 dann wäre es natürlich sinnvoll den Kanal zu abonnieren ja das brauche ich eigentlich nicht sagen das wisst ihr ja alle ich mache es trotzdem immer wieder mal gerne ja gut meine Lieben erstmal danke fürs Zusehen bis dahin passt auf euch auf haut rein Ciao Ciao bis zum nächsten Mal